Diesmal sind wir ja wieder sehr zu diesem Führungsverständnis mehr abgebogen, nämlich was heißt es in einer Führungsrolle zu sein, wie tief muss ich irgendwo eindringen, wie sehr muss ich individuelle Mitarbeiter in den Blick haben, wie sehr muss ich quasi gar als neue Führungskraft schnell rein starten in die Arbeit oder reicht es quasi erstmal diesen Überblick zu gewinnen und zu verstehen, wie alles funktioniert. Und das natürlich auch zu untermauern mit einem ständigen Reflektieren über die eigene Kommunikation, die eigene Verhaltensweise, die eigenen Beziehungen und sich dann so halt heranzuarbeiten an, was vielleicht dann in Zukunft mal kommt, wie ich das dann als Führungsstil halt tatsächlich umsetze. Ja, weil eigentlich ist ja der Führungsstil noch eine andere Stufe. Jetzt haben wir ja tatsächlich über alles, was drunter ist, gesprochen. Bevor ich mir überhaupt über Führungsstile Gedanken mache, muss ich ja erst einmal eben diesen Überblick mir schaffen, was denn überhaupt passiert im Team. Und ich glaube, das haben wir eigentlich ganz interessant gemacht und guter Aufbau dann für die Führungsstile. Ich glaube, es ist natürlich, dass wir es machen können. Untertitelung des ZDF, 2020